Komisch verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Da vorne bekomme ich, glaube ich, ihr Kleid. Da ist es. Oh, sexy, sexy. Das ist Philips rotes Kleid. Nice. Na Jungs, was los? Könnte ja nicht jemand anders ärgern. Ich weiß ja gar nicht, was sie von mir wollen. Sehen wir auf jeden Fall gleich sehen. Oh, Voxer. Das haben wir gleich auf jeden Fall mitbekommen. Na, keine vollen Eier werfen. Wir sind aber gut unterwegs, Jungs. Ob zu Fuß. Nein. Ach komm schon. Das kann nicht wahr sein. Was wollen die von mir? Alter. Ich verstehe es nicht. Werden wir gleich auf jeden Fall sehen. Na komm schon. Ja komm, nimm dein Eier woanders hin. Na ja, was wollen die denn jetzt von mir? Alle. Na, ich weiß es nicht. Die wollen immer noch Ärger von mir. Ja komm schon. Da ist Miss Philips. Hier geht's. Hier geht's. Oh, Jimmy, what took you so long? Thanks. No problem. Oh man, I can't believe this. My first time with a teacher. Oh man, this is gonna be great. Hey, Jimmy. What are you doing here? Nothing. What are you doing here? Ah. Well, it's a little awkward, but since you've been such a good friend to me. Miss Philips. She's asked me. Me. Of all people. She. Can you believe? She's asked me on a date. Wait. She asked you? I think your mistake. Uh, what? Yeah. I mean, I think there's been some sort of mistake. You sure you haven't been hitting the bottle again? No. I mean, yes. I am sure. Well, okay then. Hitting the bottle. Lionel. You came. You look great. So do you, Deirdre. Thank you. Wait. What? Jimmy, what are you still doing here? Uh, what do you mean? This boy is an angel. He's been magnificent. Aha. And he is so cute. Cute. Nice. Come on, Lionel. Let's go. Bye, Jimmy. Jimmy, you should get back to school. Wait, Miss Philips. Ah, man. Hey, now I don't understand what I wanted to do. Hi. The new boy is still wearing a diaper. Fifteen. I know. Hier unten is the quest. Und draußen. Ich weiß es nicht. Ah, warte mal. Chemieunterricht. Discrete Lieferung. Okay. Also ob ich jetzt den ganzen Unterricht direkt schaffe, weiß ich nicht ganz. Get away, foul vision of hell. Sir, you sent for me? Death stalks me, but I've seen the light. I know you're not there. Devil! Dr. Watts, sir, it's Hopkins. It's me, not the devil. He couldn't make it. Oh! Are you okay? Oh! What did you do? I was mixing chemicals for my research when there was an explosion. The vapors have got to me again. Oh. Cool. I see all of the triplets, Cain. Oh, triplets? Whatever. Such is the life of a scientist, Hopkins. Suffering can be terrible. Now listen. Word is you're quite the problem solver. I've got a business proposition. I'm listening. In my spare time, I produce certain chemical compounds with certain properties. I need some of them delivered to my customers around town. Quick though. They need them urgently. Alright. Go pick up the stuff from my lab technician. He's in town. In trailer alley. I'm on. Sorry. Lieferung. Geht auch schnell. Von Mr. Watts. Assistentin. Alles klar. Machen wir. Können wir auch glaub ich das Skateboard nehmen. Das geht auch eben schnell. Obwohl zu Fuß ist. Mit dem Skateboard ist es immer noch so ein bisschen komisch. Aber natürlich richtig. Das fährt ja. Sie fährt sich irgendwie nicht richtig. Finde ich. Shit. Ich dachte wir irgendwas. Na komm eben zu Fuß. Was ist das denn? Ach du ahnst es nicht. Ich bin hier ne. Da kann ich auch kein abgezunehmen ne. Na das gehen wir schnell hin. Oh die Zeit läuft aber auch rasant. Ja gut rasant nicht. Aber sie läuft schnell ab. Nicht so ganz normal durch das Greaser Gebiet. Ja ich krieg schon wieder einen Rappel. Da werfen die mich sowieso ab und wollen mich verprügeln. Mit den ganzen behinderten Zeiten. Na kommt da jetzt oder wat? Lola. Lola Lola Lola. Naja nicht ganz aber sie werden mich so. Hey you. Hey you. Da ist ja was. Uninteressant. Oh warte mal Mortenberg. Das können wir uns doch mal eben nehmen hier oder? Diebstahl uninteressant. Wer hat den Diebstahl? Was? Diebstahl. Da hinten gehts ja auch noch weiter. Ah da 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 da. 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 Du. D승er. Da. 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 Ich bin der hier. Ganze. Was? Da. 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 Ah, ich glaub' ich sollte mal Skype gleich ausschalten... Bitteschön! warum regnet das denn jetzt so komm schon nun kommen zu dieser schule abliefern und dann ist es auch fertig ich sagte mal hier im kurzen cut schalte das eben aus bei skype sonst nervt das glaube ich auch in den aufnahmen das ist nämlich blöd sonst hä wo ist das denn nach auf der anderen seite ich wundere mich schon na komm lass mich doch in Ruhe ich hab doch nichts getan verfolgt da jemand anders das kann doch nicht so interessant sein hey das sieht mich wie dein vater ist du machst mein weib an du die macht zwar mit jedem hier das ist eine das ist eine unglaublich hä wo müssen wir denn hin vorne pidi gewesen ne nein lass mich mal bitte in Ruhe ah der sportlehrer ich gehe mal zu Mr. Watts zurück boah jungs das mit einmal für 5 Minuten in Ruhe So, warte mal, wir können auch hier durchgehen. Oh nein, ist jetzt hier schon. Darf ich das Stuhlgebäude nicht betreten? Oder auch das betreten, ne? Warte mal, Mr. Watts ist da. Dann kann ich doch hier lang gehen. Ganz vorsichtig, ganz langsam und... Blub! Na, was macht der Chemiker? Sind das Böller? Sieht auf jeden Fall wie Böller aus. Komisch. Was ist denn H nochmal? Was ist denn Hopkins ganz genau? Ich weiß es nicht. H, H. Sag mal einer, was H war. Oder wo ist denn eigentlich H? Oder war H der Landstreicher, genau. Ah, den können wir auch hier machen. Ah, ne, wir machen eben kurz einen Cut. Ja, jetzt. Vielen Dank.